Halloween ist ja quasi fast um die Ecke und was vertrets hat Halloween als Horrorfilme? Und ich glaube ihr wisst, egal ob die Fans seid oder nicht, die Leute in Horrorfilmen sind nicht gerade die, die die besten Entscheidungen treffen. Vielleicht sterben deswegen immer alle. Aber wenn ihr wissen wollt, wie ihr in einem Horrorfilm überlebt, dann bleibt dran. Fangen wir gleich mal mit einem logischen Punkt an, den irgendwie niemand auf dem Kasten hat. Warum geht man, wenn man ein Geräusch aus dem Keller oder sonst wo hört, immer alleine und unbewaffnet dahin? Nimmt Verstärkung mit oder ein Verteilungsmittel, von mir ist eine Bratpfanne, drängt euer Gehirn an. Sagen wir mal, du bist im Wald. Du willst mit deinen Freunden zelten, schlägst das Zelt auf und alles ist super. Immer wenn ihr müde, legt hier schlafen und dann hört ihr etwas und anstatt einfach zu verschwinden, kommt ihr natürlich auf die tolle Idee, nachzuschauen. Was ist los? Was war das? Bleib hier! Ich schau mal nach! Nein, nein, bitte geh nicht. Ich will nicht, dass dir was passiert. Ach, das war bestimmt nur ein Hase. Mach dir keine Sorgen. Guck noch mal kurz. Wenn du doch etwas kompetenter warst und nicht direkt in die Arme des Mannes gelaufen bist, schaffst du es vielleicht sogar zu entkommen. Glückwunsch! Wenn du es dann noch hinbekommst, nicht über jeden Stein und Stock zu fallen, bist du wesentlich erfolgreicher als die meisten Menschen in Horrorfilmen. Daraus könnte man natürlich einen komplett eigenen Punkt machen, aber mein nächster Tipp ist dieser. Stell dir bitte sicher, dass dein Auto funktioniert, wenn du damit hin willst. Und lass verdammt noch mal nicht deinen Schlüssel fallen. Der hoffentlich sichtlichste Tipp, den wahrscheinlich jeder kennt, also hoffentlich, der aber trotzdem genannt werden muss, weil das so wichtig ist. Bitte, teilt euch nicht auf. Selbst die Horrorfilme selber machen sich schon darüber lustig. Leo! 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 Sollen wir da lang oder da lang gehen? Geh du da lang, dann geh ich da lang. Bist du bescheuert? Aufteil des Nilekotheken. Ich mein's ernst, teilt euch nicht auf. Ihr könnt so ungefähr jeden Horrorfilm als Beispiel dafür nehmen, dass das eine dumme Idee ist. Es gibt auch immer diese eine Person, die zu viel Panik hat. Ich mein, versteht mich nicht falsch. Wenn mich ein Verrückter mit einer Axt durch den Wald gehagen würde, hätte ich auch ein bisschen Panik. Aber diese eine Person, das ist einfach... Ihr versteckt euch mit der, sie schreit rum und ihr seid am Arsch. Wenn ihr in diese Situation kommt, tut mir einen Gefallen. Tut einfach alles, um diesen Vollidioten ruhig zu stellen. Schlagt auf ihn ein, fesselt ihn, was auch immer nötig ist. Ansonsten könnt ihr gleich einen großen, roten, leuchtenden Pfeil aufstellen, der sagt, hier bin ich. Last but not least. Wenn jemand tatsächlich mal so fähig ist und seinen Verfolger angegriffen hat, sagen wir mal, er hat ihn angeschossen, dann neigen die Leute dazu, ganz langsam und vorsichtig zu dem Mörder zu gehen, um nachzusehen, ob er tatsächlich noch lebt. Überraschung, er lebt noch und du bist hisstot. Ich hoffe, ihr habt gut aufgepasst. Ich habe jetzt noch was vor. Wir sehen uns Halloween. Harudi mit Willi. Hahaha. Hahaha! Schwung. waiver-